Yusufa Moukoko zählt zu den Spielern, die den BVB in diesem Sommer verlassen dürfen. Allerspätestens mit der Ankunft von Zero Girassi dürfte klar sein, dass Moukoko bei Borussia Dortmund keine allzu großen Chancen haben dürfte auf viel Spielzeit zu kommen. Ja, Girassi wird die ersten Spiele im schlimmsten Fall verpassen, aber selbst dann ist es ja so, dass man noch Niklas Füllkrug halten möchte. Und die beiden sollen, wenn denn alles nach Plan verläuft, die Hauptakteure im Sturm beim BVB sein. Entsprechend wäre Moukoko lediglich die Nummer 3 im Sturm der Dortmunder. Und wenn ich daran denke, dass er in der vergangenen Saison gerade einmal wettbewerbsübergreifend 758 Minuten sammeln konnte, und das obwohl Aller beispielsweise nahezu die komplette Rückrunde ausgefallen ist, Da sehe ich echt schlechte Chancen für Moukoko, dass sich seine Lage verbessert. Im Gegenteil, ich denke, wenn Dortmund wirklich auf Girassi und Füllkrug setzt, dann wird es in der Hinsicht eigentlich eher noch düsterer. Es sei denn, man kommt tatsächlich auf die Idee, mal Doppelspitze zu spielen, was beim BVB allerdings eher unwahrscheinlich erscheint, oder man schult Moukoko auf eine andere Position um, was wahrscheinlich aber auch nicht passiert. In jedem Fall berichtet Sky darüber, dass es erste Gespräche mit dem Management von Moukoko gegeben hat, und dort soll es eben diese klare Tendenz geben, dass Moukoko den Verein verlassen kann. Und dem Bericht zufolge schweben dem BVB 20 Millionen Euro an Ablöse vor. Und ich sag mal so, grundsätzlich bin ich einer, der immer noch an Moukoko glaubt, jetzt mal aus meiner Sicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich noch zu einem guten Spieler entwickeln kann, aber ich kann die BVB-Bosse an der Stelle auch nachvollziehen. Moukoko ist einfach nicht der Spielertyp, den man da vorne drin haben möchte, offensichtlich. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das muss man an der Stelle auch mal bedenken, ja, Moukoko hat ein unfassbares Talent, er hat die Jugend zerballert, und er hat auch schon ein paar Tore in der Bundesliga geschossen. Ich meine, immerhin hat er schon insgesamt 76 Partien absolviert, 17 Tore, 6 Vorlagen. Das ist in seinem Alter völlig okay. Aber wir haben eben auch viele Spiele gesehen, gerade wenn er von Beginn an gespielt hat, wo er sehr unsichtbar war. Natürlich, das gilt auch für einen Füllkrug beispielsweise, aber bei Moukoko hat das ja vor allem auch manchmal körperliche Gründe. Er arbeitet daran, man hört, dass Moukoko fleißig ist, aber es scheint ja trotzdem irgendwie nicht zu reichen, aus welchen Gründen auch immer. Fakt ist aber, wenn Moukoko wirklich so gut wäre, dass der BVB nicht auf ihn verzichten kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, hätte Moukoko auch mehr gespielt. Jetzt könnte man natürlich auch darüber diskutieren, ob eine Laie hier nicht sinnvoller wäre, einfach damit er mal woanders eine Saison im Idealfall als Stammspieler durchspielt, die Praxis sammelt und sich danach vielleicht beim BVB durchsetzt. Da ist halt die Frage, ob Moukoko das überhaupt wollen würde, und gleichzeitig ist es ja so, dass der BVB für den aktuellen Umbruch Geld braucht, und das heißt, wahrscheinlich wäre es da sogar sinnvoller, Moukoko mit einer Rückkaufoption zu verkaufen oder sowas in der Richtung, wenn das denn überhaupt Sinn macht und auch so funktionieren würde. Das ist halt so die Frage an der Stelle. Was man auch nicht unter den Teppich kehren sollte, ist die Tatsache, dass Moukoko schon einige Male mit Verletzungen zu kämpfen hatte, vor allem auch Muskelverletzungen und diverse Bänderrisse. Ich meine, der Junge ist 19 Jahre alt und hat einfach in seiner noch sehr jungen Karriere, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Nationalmannschaft mit eingerechnet, insgesamt 62 Pflichtspiele verpasst. Gut, das liegt in meinen Augen auch daran, dass man viel zu früh Spieler im Alter von 16 Jahren reinwirft. Das kann durchaus auch mal funktionieren, aber es gibt ja da dann auch Negativbeispiele aufgrund des Wachstums, dass dadurch dann Verletzungen entstehen, wie zum Beispiel eben bei Moukoko oder Julien Duranville, wo es ja ähnlich ist. Oder eben auch Anzufati. Anzufati ist auch jemand, den ich durchaus mit Moukoko vergleichen würde. Ähnliche Geschichte, extrem viel Talent, man verspricht sich viel davon, man denkt, das wird der nächste Superstar. Ja, und dann aber auch extrem viel verletzt und irgendwie doch nicht so der ganz große Durchbruch. Das größte Problem, was ich bei einem möglichen Verkauf von Moukoko sehe, ist aber folgendes. Er verdient wohl ein Gehalt von um die 6 Millionen Euro und das ist natürlich eine Mördersumme für einen Spieler, der sich noch nicht so richtig bewiesen hat und wo man auch quasi auf das Talent gepokert hat. Ich denke mal an der Stelle zum Beispiel die ganze Zeit, wenn der VfB Stuttgart Dennis Undaff nicht bekommen sollte, darüber sprechen wir gleich auch noch, dann wäre da Moukoko aus meiner Sicht eine richtig spannende Alternative. Jung, entwicklungsfähig, könnte unter dem Trainer funktionieren, aber bei dem Gehalt, da müsste er ja auf die Hälfte verzichten. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er sich eigentlich beim BVB durchsetzen will. Machen wir uns mal nichts vor, da gibt es ja kaum einen Verein, der Moukoko ähnlich gut bezahlen würde. Es sei denn, die Premier League klopft an. Und eines der größten Fragezeichen ist und bleibt, warum hat man damals so viel Energie in die Vertragsverlängerung gesteckt? Man zahlt ihm dieses gute Gehalt, ich meine, er hat auch um die 10 Millionen Euro Handgeld gekriegt. Zumindest hat das damals die Bild so berichtet und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da was dran ist. Und selbst wenn es nur die Hälfte war, dann ist es trotzdem viel für so einen jungen Spieler. Und eigentlich hat man dann gedacht, alles klar, man plant voll mit ihm, sonst würde man ihn nicht so gut bezahlen. Dann bekommt er im Grunde genommen keine Chance und auch jetzt setzt man ihm andere Spieler vor die Nase. Also rein sportlich gesehen wäre hier alles andere als ein Wechsel irgendwo Schwachsinn. Denn ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wenn er nicht gerade umgeschult wird auf eine andere Position, dass er sich beim BVB durchsetzt. Aber gut, da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Genauso wie darauf, ob Moukoko seine Meinung mittlerweile geändert hat und sich doch verkaufen lassen würde. Wie gesagt, er wollte sich ja eigentlich beim BVB durchsetzen oder will es eigentlich. Aber es ist eben nicht sehr wahrscheinlich. Und der BVB muss halt auf jeden Fall mindestens einen Stürmer verkaufen, wenn nicht sogar zwei. Sebastien Allaire hat einen schwierigen Markt. Er wäre der Abgangskandidat Nummer zwei. Bei Moukoko dürfte immerhin aufgrund seines Alters und weil er zumindest ein bisschen, was er in der Bundesliga gezeigt hat, auch noch einen Markt haben, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht riesig ist. Füllkrug wäre da wohl noch derjenige, den man am leichtesten verkaufen könnte. Aber den will man ja eigentlich halten. Aber gut, wir bleiben da auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. An der Stelle könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit Moukoko machen würdet. Da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. So und jetzt wollen wir an der Stelle nochmal über Dennis Undaf sprechen, der unbedingt zum VfB Stuttgart möchte. Das wissen wir alle und der VfB Stuttgart möchte unbedingt Dennis Undaf fest verpflichten. Und hier berichtet die BILD jetzt, dass der deutsche Vizemeister der vergangenen Saison in der nächsten Woche ein erhöhtes, aber auch angeblich sogar letztes Angebot bei Brighton einreichen möchte. Und dieses soll sich auf 24 bis 25 Millionen Euro plus Boni belaufen. Zuletzt wurde ein Angebot von 23 plus Boni abgelehnt, zumindest laut Medien. Das Problem ist halt nach wie vor, dass Brighton Undaf selbst gerne halten wollen würde. Und dass man hier wohl eine Summe von bis zu 30 Millionen Euro verlangt. Und ich sag mal so, wenn es jetzt 25 plus Boni sind, dann ist man da gar nicht mal mehr so weit von entfernt. Und ich glaube, dann ist der VfB Stuttgart auch bis an seine Schmerzgrenze gegangen. Und da hat man ja auch angekündigt, dass man schon bereit ist, an die Schmerzgrenze zu gehen. Man wird aber auch nichts Unvernünftiges machen. Klar ist aber, wie gesagt, der Spieler will es unbedingt. Und da stellt sich halt die Frage, ob Brighton sich dem Ganzen wirklich so querstellen möchte. Aber ich denke, es geht hier einfach darum, den maximal möglichen Gewinn zu erzielen. Und dann wird der Transfer schon irgendwie durchgehen. Aber es ist eben nicht sicher. Und laut dem Kicker hängt wohl auch einiges davon ab, wie Joao Pedro plant. Der 22-jährige Brasilianer war in der vergangenen Saison von Watford als Undaf-Ersatz verpflichtet worden. Und ist eigentlich auch ganz gut eingeschlagen. 40 Einsätze, 20 Treffer. Und es heißt im Bericht, dass es von ihm abhängt, wie es mit Undaf weitergeht. Wenn da ein krasses Angebot einkommt und Pedro den Verein verlässt, dann würde man wohl auf Undaf bestehen. Und wenn er bleibt, dann wird er wohl gehen dürfen. Klar ist aber, dass Pedro einen Vertrag bis 2028 hat. Wahrscheinlich wartet man da jetzt noch so ein Stück weit ab, ob die Chancen gut stehen, dass man da jetzt vielleicht irgendwie ein 70 Millionen Euro Angebot bekommt, um viel Geld mit ihm zu machen. Im Grunde genommen hat Brighton hier aber ganz klar die Zügel in der Hand. Und deswegen sehe ich eigentlich nicht, dass man hier einen Abgang fürchten müsste. Und deswegen denke ich, dass wenn der Kicker recht hat, dass ein Undaf-Transfer auch von Joao Pedro abhängt, dass es daran wahrscheinlich nicht scheitern wird. Nichtsdestotrotz zieht sich das Ganze hier wirklich extremst wie ein Kaugummi. Und wenn das Ganze hier am Ende durchgeht, dann ist das schon finanziell durchaus ein Risiko, welches der VfB da eingeht. Denn ich meine, man hat jetzt über 20 Millionen für Demirovic auf den Tisch gelegt. Dasselbe würde dann bei Undaf nochmal passieren. Zusammengerechnet ist man dann schon knapp bei 50 Millionen. Was man sich natürlich aufgrund der Einnahmen durch die Champions League und der Abgänge von Gracie, Anton und Ito definitiv leisten kann. Aber gerade bei Undaf ist es ja so, weil er eben schon 28 Jahre alt ist und das gerade seine allererste gute Saison war, dass ich hier jetzt nicht darauf wetten würde, dass man ihn später für einen höheren Preis wiederverkaufen kann. Nicht, dass es jetzt unfassbar wichtig wäre, denn wenn man einen sportlichen Erfolg hat, dann passt das schon. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass es jetzt die erste richtig gute Saison des VfB seit längerer Zeit war. Sodass ich dabei bleibe, dass da schon ein gewisses Risiko besteht, was aber durchaus auch gut ist, dass man dieses eingeht. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren oder beziehungsweise negativ kritisieren. Ich finde es tatsächlich gut, dass man sich hier auch was traut und dass man auch dann tatsächlich versucht, einen schlagfertigen Kader aufzustellen, der dann auch in der Lage ist, in der Champions League zumindest mal mitspielen zu können und gleichzeitig auch wieder in der Bundesliga angreifen zu können. Was man einem dann am Ende aber nicht erzählen kann, ist, dass man am Ende mit dem Tabellenmittelfeld zufrieden wäre. Denn wenn hier alles klappt und man dann auch noch einen soliden Innenverteidiger dazu holt, dann ist das ganz klar ein Kader, der für mich so zusammengestellt ist, dass man schon in Richtung Top 7, Top 6 schauen sollte. Aber gut, ich bin da mal gespannt, ob der Bericht stimmt, dass in der kommenden Woche eine Entscheidung um Dennis Unter fallen soll. Ob das jetzt auch wirklich das letzte Angebot des VfB Stuttgart sein wird, werden es dann auf jeden Fall erfahren. Und wie auch immer es ausgeht, selbstverständlich werde ich euch darüber berichten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht es wie immer besser und bleibt am Ball.